Nachdenkseiten Die kritische Website Scholz Corona und die Bürgerräte Anekdoten statt Aufarbeitung Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Corona-Politik solle durch Bürgerräte aufgearbeitet werden, hat Kanzler Olaf Scholz am Sonntag im Interview gesagt. Das ist als Versuch zu bezeichnen, die falsche Politik eben nicht systematisch aufzuarbeiten, sondern nur die Wut der Bürger über diese Politik in folgenlosen Bürgerrunden zu kanalisieren. Außerdem hat Scholz in dem Interview versucht, seine eigene Rolle während der Corona-Politik weiß zu waschen. Bezüglich der überfälligen Aufarbeitung der Corona-Politik findet Bundeskanzler Olaf Scholz den Vorschlag, am sympathischsten, dass sich Bürgerräte damit beschäftigen. Das sagte der SPD-Politiker am Sonntag im Sommerinterview der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, wie Medien berichten. Einen Bürgerrat zu Corona hat der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im April schon einmal ins Gespräch gebracht. Damals hatte die Welt treffend kommentiert. Zitat Ende. Zitat Ende. Hering kommentiert das so. Im ARD-Sommerinterview am 23. Juni behauptet der für seine strategischen Erinnerungslücken berüchtigte Olaf Scholz, er habe den Sinn der nächtlichen Ausgangssperren wegen Covid damals nicht verstanden. Entweder der Bundeskanzler lügt heute oder der damalige Ministerlog oder das Gedächtnis von Olaf Scholz ist so schlecht, dass er amtsuntauglich ist. Er hat nämlich 2021 vor Millionenpublikum die Ausgangssperren als unbedingt notwendig verteidigt. Für eine Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema Corona mit Abgeordneten und Experten sprechen sich laut Medien etwa AfD, FDP und Union aus. Auch von den Grünen gebe es Rufe nach einer Aufarbeitung, so Medienberichte. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, hat in ihrem aktuellen Eintrag auf Facebook die Forderungen nach einem Corona-Untersuchungsausschuss bekräftigt. Während das Modell der Bürgerräte vom Kanzler beworben wird, werden Untersuchungsausschüsse zu Corona auf Länderebene zum Teil diffamiert. So diskutiert die Hessenschau, ob U-Ausschüsse zu Corona auf der hessischen Landesebene nicht verfassungswidrig sind, weil sie laut Juristen in der geplanten Form einen zu großen Rahmen öffnen würden. Und ein verlinkter Beitrag von Radio 1 stellt die Kosten der U-Ausschüsse in Brandenburg stark in den Vordergrund und das angesichts der Milliarden, die für eine falsche Corona-Politik geopfert worden sind. Bürgerrat zwischen Quatschbude und Parallelparlament Das Prinzip des Bürgerrats ist, zumindest so, wie es momentan vorgeschlagen und praktiziert wird, zu Recht viel Kritik ausgesetzt. Meiner Meinung nach bewegt sich die praktische Umsetzung irgendwo zwischen ablenkender und folgenloser Quatschbude einerseits und der Bildung eines bezüglich demokratischer Regeln bedenklichen und nicht durch Wahlen legitimierten Parallelparlaments andererseits. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat versucht, die Bedenken bezüglich eines solchen Nebenparlaments zu zerstreuen. Definition und Form der Bürgerräte hat der Bundestag unter einem verlinkten Link beschrieben. Ein erster Bürgerrat des Parlaments mit zufällig ausgewählten Teilnehmern hatte kürzlich Empfehlungen zur Ernährungspolitik vorgelegt. Das klingt harmlos. Wenn sich das Prinzip aber etabliert, könnte das Instrument künftig auch bei gewichtigeren Themen eine möglicherweise fragwürdige Rolle spielen. Aus Anlass des Ernährungsbürgerrats hatte Rainer Balcerowiak in einem verlinkten Artikel das Vorhaben als ein System der simulierten Bürgerbeteiligung bezeichnet. Im Artikel heißt es weiter, Im Bürgerrat Ernährung werden demnächst 160 mehr oder weniger zufällig ausgewählte, ganz normale Bürger ihre Empfehlungen zum Thema abgeben dürfen. Und damit das alles auch im Sinne der Regierung läuft, wird der Bürgerrat engmaschig betreut und eingehegt. Stiftungen auf Bürgerbeteiligung, spezialisierte Unternehmen, die Lobbys und Thinktanks sind natürlich an Bord. Das ist bestenfalls eine Simulation für Bürgerbeteiligung. Zitat Ende. Es ist zu befürchten, dass auch die Aufarbeitung der Corona-Politik nur eine Simulation bleibt, wenn sie Bürgerräten überlassen wird. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.